Wir müssen sie aufhalten. Elenas Königreich wird von dunklen Mächten bedroht. Keine Sorge, ich zaubere ein paar Tricks aus dem Ärmel. Ein Glück, dass ihr bester Freund ein Zauberlehrling ist. Ich sag ein paar Worte, du zauberst ein bisschen und fertig. Was kann da schon schief gehen? Er könnte den Zauber vermasseln und die Welt zerstören. Ximoku! Was hast du getan? Ach, ich übe ein bisschen. Elena von Avalor, die neue Serie. Ab Samstag, 9.20 Uhr. Ab Samstag, 9.20 Uhr.